Liebe Leute, wir hören weiter mit Wattels. Viel Vergnügen dabei bei unseren Abenteuern. Live auf Twitch, 23. Dezember, zeichnen wir auf für die YouTube-Leute. Liebe Grüße an alle, die entweder direkt dabei sind oder etwas später. So, und wir plünen... Oh, Kittel ist gesetzlos und das kann man alles gut verkaufen. Die haben wir in Unmengen, die müssen wir nicht behalten. Gelten immer gerne, 38 Kronen, irgendeine Karte. Interessant. Stoff, Schiffslock, Geschmiere, das man verkaufen kann. Und Eisenerze, davon können wir nie genug haben. Sollen wir Dinge reparieren oder sollen wir einfach sagen, wir ziehen runter in den Ort, der hier um die Ecke ist und reparieren da einmal alles. Ich glaube, das können wir auch machen. Ach, gab es gerade nicht Geld? Müsste es doch eigentlich jetzt auch geben. Was müssen wir behandeln? Wolfi ist immer noch verstaucht. Es ist mir Wumper. Wir haben die Mission abgeschlossen. Die Mission Überflutete Mine. Oh Gott, sie ist wirklich überflutet, die Ärmste. Ach, ist da etwa niemand drin in der überfluteten Mine, der beobachten kann, wie wir jetzt einfach mal alles aufheben, was es so gibt hier? Mal gucken, ob wir nicht hier noch Beute machen können. Oh, jetzt habe ich gepennt. Ich dachte, es wäre nur vier. Fünf Eisen. Er hat diesmal keinen Edelstein leider bekommen. Wieder XP bekommen, aber sonst nichts. Das war, glaube ich, alles, ne? Es ist nur irgendwas irgendwo. Ich denke nicht. Oh, was gibt es denn hier? Ja, nein. Rucksackzubehör 1 und 2 Gürtelzubehörhammer wie Sandarmeer. Mehr Schaden, weniger Bewegung, finde ich schon mal doof. Kritscher Schaden um 15% erhöht mit einem Taschenmesser. Und Truppe Bonus verringert, die für den Neubau einer Antiquität erforderliche Anzahl an Rasten um 1. Keine Ahnung, was es ist. Nehmen wir aber auch alles mit. Nehmen alles einmal mit und schauen uns mal unseren Trupp an und geben mal Ronja zum Beispiel. Oh Gott, wo sind die ganzen Sachen gelandet jetzt? Kritscher Schaden. Das würde ich gerne jemand anders geben. Das geben wir gleich dem Grauachs, der immer, wenn der Fall vergiftet ist, Kritschen Schaden macht. Das geben wir ihm. Das Taschenmesser. Oh Gott, wie unübersichtlich. Dann haben wir hier noch... Oh Gott, was war denn jetzt so? Tintenfass. Das ist ein Rucksackzubehör, das kann jeder tragen und jede. Dann gehen wir ihr, weil fast jeder hat noch Platz dabei. Und dann wollten wir unserem Grauachst, der im Augenblick das Stilett trägt, das die Kritschen Treffer um 5% erhöht. Stattdessen geben das Taschenmesser, was den Kritschen Schaden um 15% erhöht. Und das erhöht, ah, die Wahrscheinlichkeit des Kritschen Treffers um 5%. Das war ja völlig falsch bei ihm. Wenn er hat immer einen Kritschen Treffer, wenn er einer vergiftet ist und er kämpft immer im Tandem mit dem Gift mit Giftnadeln. Das heißt, das geben wir ihm schon mal weg und stattdessen bekommt er das Taschenmesser. Und den Kritschen Treffer geben wir stattdessen wem. Willenskraft plus 1 kann auch jeder tragen. Bewegung für Brotab, da haben wir gute Erfahrungen mit gemacht, da ist er der Sperrwerfer. Das haben wir gerade gemacht. Sie trägt die feuerfeste Salbe, die ist eingepreist. Die Willenskraft könnten wir auch jedem geben. Goldzähne. Ronja hat die Chance Goldzähne einzusammeln, hat noch nie geklappt, keinmal. Ich glaube, das können wir auch weglassen. Hat noch nie geklappt. Also es ist kein Grund, dass es dann wirklich nie klappt, aber... Und wenn sie einen Kritschen Treffer macht, was dann? Ist es irgendwie gut. Also sie bekommt auch einen Kritsch. Ein Stilett. Obwohl sie... Ein Stilett als Fernkämpferin ist doch Quatsch. Wir geben ihr einen der anderen Truppe-Boni-Geschichten. Ja, Willenskraft plus 1. Was dem ganzen Trupp hilft. Und das bekommt jetzt stattdessen Ronja. So, und unser Arnold. Wenn der einen Kritschen Treffer bekommt, dann soll der... Höhere Wahrscheinlichkeit mit dem Stilett haben, dass das klappt. Ja, so machen wir es jetzt. So, haben wir an alles gedacht. Ich glaube, jeder hat jetzt zumindest am Gürtel 1 etwas. Ja. Und raus. Einmal speichern. Und jetzt gehen wir runter in unser Dorf zurück. Oder wir sind furchtbar neugierig. Ich bin ja so neugierig hier. Das ist gar nichts hier. Doch. Das alte Banditenlager ist bereits von den Gefährten geräumt worden. Von dieser Söldner-Gilde. Können hier nichts mitnehmen. Ah, wir können aber Holz mitnehmen und Leder. Ja, cool. Hier links kann man auch noch was bekommen. Kommen wir hier runter? Ja, ne? Oh, die Nacht kommt. Ziehen wir an der Abtei vorbei und runter zum Dorf und hoffen, dass uns keiner in der Nacht überfällt. Ah, das ist gut. Wir sind gleich da. Sehr fein. So, einmal ins Gasthaus und eine Belohnung bitte abholen. Kopfgeld kassieren, weil wir die überflutete Mine geräumt haben. Wir könnten eine Quest im Süden annehmen. Verhandeln einmal. Hat geklappt. Nebenan. Das ist doch relativ weit weg. Gibt's hier mittlerweile neue Söldner. Die wechseln ja alle x Tage durch. Oh, das ist ein neuer. Ein Schlitzer Stufe 2. Wir wollten ja Wolfi loswerden. Und das ist ein Krieger. Der hat auch einen Punkt. Können wir ausgeben. Und Krieger war da auch ein Grauachs, ne? Ne, Moment. Danke, Heilander. Liebe Grüße. Danke für die zwei Jahre Treue. Schöne Weihnachten an dich. Und vielen lieben Dank dafür. Ganz schön lange dabei. Die Axtkämpfer, das müsste so jemand sein wie Grauachs. Das würde doch passen. Schildwache ist er, glaube ich, nur, weil wir ihn entsprechend im Beförderungsbaum geskillt haben. Genau. Das heißt, wir könnten als Tank noch einen wie Grauachs nehmen. Was hat Arnold eigentlich für Skills bekommen? Den schwächenden Schlag, den fand ich extrem cool. Also ich hätte lieber noch... Aber für ihn haben wir keine guten Waffen bekommen. Also das wäre so jemand wie Grauachs. In ihm könnte man eine bessere Axte dann herstellen. Nämlich so eine wie Grauachs, die auch hat. Ein großes Roheisen. Was allerdings wieder Flächenschaden ist. Also lieber wäre mir jemand wie Arnold, aber es geht auch jemand wie Grauachs. Das ist schon okay. Also er ist eine Option. Ihn können wir rufen. Tölo. Das wäre eine Möglichkeit. Genau. Man könnte ihm einen dieser Waffen schmieden. Im Chat wurde es gerade angesprochen. Wie entweder den eisernen Rabbenschnabel oder die eiserne Zweihandkeule. Eines von beidem. Das ist eine Sache nur gegen einen. Und die Zweihandkeule ist Bereisschaden. Dann könnten wir ihm das machen. Dann bräuchte er allerdings eine sehr hohe Stärke. Das ist auf jeden Fall immer eine Option. Nein. Stimmt nicht. Das ist Keule. Stimmt nicht. Leider falscher Tipp. Das ist ein Achskämpfer. Das stimmt nicht. Achskämpfer funktionieren grundlegend anders. Wir könnten ihm die Eisenachs herstellen. Das ist die Sache. Das könnten wir machen zum Beispiel. Also das könnten wir machen. Oder Rolak will. Da hätten wir einen zweiten Brot ab. Einen zweiten Speerwerfer. Irgendwann mal. Weil das. Wenn man den hochskillt. Finde ich diese Speerwurfgeschichten extrem cool. Und das bekommt man hier durch. Harponier ab Stufe 3. Also relativ früh. Also die Speerwurfsachen finde ich echt cool. Und der Brot ab als jemand aus der zweiten Reihe. Obwohl es ist relativ selten, dass die zu zweit hintereinander stehen. Aber es wäre eine Möglichkeit. Stufe 2 Speerkämpfer. Und dann. Das war's. Und Keter Kramm. Alter Knüppel. Wieder so jemand wie Arnold. Da hätten wir unseren zweiten Tank. Sollen wir das jetzt doch mal machen? Wir wollten noch einen zweiten Tank. Und dann bekommt er. Und einen der beiden schmieden wir dann doch. Können wir machen das. Wir holen uns den zweiten Tank dazu. Weil die Tanks brauchen wir doch. Ab zum Ab. Wir arbeiten sehr viel mit Bereichskämpfen. Aber wir waren zuletzt eher in der Situation. Dass wir hin und wieder einen Bereichsangriff nicht durchführen könnten. Weil dann eigene Leute getroffen worden sind. Wir brauchen definitiv noch jemand, der wirklich auf einen drauf geht. Das könnte entweder sein hier jemand mit Keule oder jemand mit Axt. Und bei mit Axt dann halt einen anderen Skill. Durch eine andere Waffe. Also sprich den. Das wäre die Keulengeschichte hier. Den eisernen Rabenschnabel. Das wäre ein Bereichsangriff. Also den eisernen Rabenschnabel. Den könnten wir erlernen. Den Punkt haben wir. Und dann diese Einheit geben. Oder eine Native wäre. Das war die Schwert. Genau. Wäre hier die Axt. Und die Eisenachst. Statt der eisernen Streitachst und dem Bereichsschaden. Ich kann beides begründen. Es gibt Stärke plus 5. Es gibt auch Stärke plus 5. Ich würde sagen, wir machen noch einen wie Arnold. Wir machen das hier. Keterkramm. Rohling. Stufe 3. Ach, Arnold ist doch ein Rohling auch. Okay. Alles klar. Dann machen wir das. Dann holen wir eine Rohlingen. Okay, da Kramm. Die holen wir uns. Was hat sich für Eigenschaften? Willenskraft erhöht sich um plus 2, solange sich Gefangene im Trupp befinden. Wir müssen auf die Eigenschaften achten. Das heißt, wir haben einen Wolf und dadurch hat der ganze Trupp, dann gehen wir den Wolfi vielleicht doch nicht ab. Dann hat der ganze Trupp plus 2 im Kampf. Oder, hallo Arrakus, 25. Abo. Hi. Der erste Kampf vor dem Weihnachtskampf. Vor Weihnachten. Vielen Dank für die teilsamen Stundentage, Wochen. Vielen Dank für das 25. Abo schon. Du gehst zu einer kleinen Gruppe von Leuten. Einen ganz kleinen Gruppchen. Die ich schon die 25 Monate habe. Vielen Dank. Also, wir wollten ja eigentlich Wolfi loswerden. Und dann haben wir keinen Gefangenen mehr. Was wäre der andere denn hier? Was kommen wir hier als Bonus rein? Als Romreich. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit beim Beenden des Zuges einen Tafakkeitspunkt zu bekommen. Ist cool, aber wir wissen nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Das sagt nichts aus. Sollen wir Wolfi als Maskottchen behalten? Wolfi gilt als Gefangene. Melok, genau. Wolfi ist ein Gefangener. Also, wir holen uns ja einmal. Wir können auch Menschen als Gefangene nehmen, übrigens. Ich glaube auch. Kämpfer können wir, glaube ich, auch Gefangene nehmen. Wir haben nur noch nie gemacht. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Dann können wir auf Wolfi verzichten. Sie holen wir uns. 80 Rom und 160 Gold. Eure Gefährten bezweifeln, dass sie der Aufgabe gewappnet ist. Martin können wir auch verbessern. Sie geben jetzt einen Punkt aus für die Zerstörersache. Schwächeren und Schlag. Weil wir können ja wohl keine Bereichsangriffe machen. Jetzt haben zwei unserer Leute das. Wir müssen unbedingt die Bewegungspunkte erhöhen. Zehn Bewegungen ist weit unterdurchschnittlich für alles, was wir hier haben. Wir arbeiten gerne mit mobilen Leuten. Jetzt hat sie diese Fähigkeiten auch. Jetzt stellen wir für die coole Waffen her. Stufe 2. Jetzt muss ich langsam essen, langsam aufleveln. Wolfi zählt nicht als Gefangene, meint Fraxer. Weil Gefangene nicht kämpfen. Echt. Spieltechnisch. Aber Wolfi haben wir gefangen genommen. Wir haben Wolfi mit einem Lasso oder einem Strick gefangen genommen. Insofern. Und Wolfi kämpft mit. Wolfi ist definitiv gefangen genommen worden. Vielleicht meinst du, dass die menschlichen Gefangenen nicht mitkämpfen. Jetzt bitte aufhören mit der Spoilerei. Bitte jetzt mal ein bisschen löschen im Chat und nicht mehr Spoiler. Die haben alle einen Beruf. Turimato. Alle haben einen Beruf bei uns. So. Kita Kram. Bekommt einen anderen Kittel. hat, kann einfache Rüstung tragen. Schwere Rüstung sogar tragen. Der Kittel des Gesetzlosen wäre schon mal besser. Gucken, ob wir noch Besseres für sie bekommen. Die Brigadier des Gefährten. Bewegungspunkte reduziert. Da habe ich keinen Bock drauf. Rüstung. Extrem mehr Rüstung. Und. Ah, und der gibt mehr Bewegung. Und der gab plus zwei. Okay. Rüstung 16. Und die mittlere Rüstung. Deutlich mehr Rüstung. Das wäre extrem mehr. Weil als Tank. Ach, das war nur plus zwei mehr. Das hat sich gar nicht gelohnt. Minus zwei. Die Bewegungspunkte finde ich wichtiger. Lieber den Kittel des Gesetzlosen. So, da kann sie noch Dinge am Gürtel tragen. Chill. Ne. Noch langsamer. 14 Punkte hat. Sieht dafür Schaden plus 10%. Im Augenblick 4 bis 5. Wir haben einen Koch in der Gruppe. Eugenburg. Der ist da. Wie das so dir hat. Kannst du mal bitte die ein bisschen löschen. Die Sachen, die zu viel Spoilerei sind. Da habe ich. Das wäre sehr lieb. Hi von Wegen. Ein Jahr machen wir jetzt. Rabenstabeln. Vielen Dank. Von Wegen. Fürs zwölfte Abo. Also. Ein Gürtel Zubehör bitte noch. Das wäre immer eine Option. Das wäre die Sache, dass wir doch Schrecken betrachten. Das mit den Goldzähnen war aber irgendwie cooler. 1% am Ende des Zuges der maximalen Gesundheitspunkte hinzubekommen. Das ist ja 1%. Das ist ja nichts. 10% ja, aber 1%. Das ist ja völlig affig. Wir geben ihr mal das Horn. Und verzichten mal kurz auf Bewegung, weil ihr Tank und erhöhen den Schaden. Gehen hier wieder raus. Jetzt schmieden wir die Waffen. Gehen hier einmal raus. Gehen rein. In die Schmiede. Und reparieren unser Zeug. Gegengeld. Und dann produzieren wir ein paar neue Waffen. Mit Arnold. Unserem Schmied. Und wir wollten Waffen herstellen für... Hier könnte man uns gleich noch einen anderen Namen geben. Einen anderen Knüppel. Und die müssen wir erstmal freischalten. Das wäre dann der Rabenschnabel, weil wir wollten keinen Bereichsangriff. Und das ist ein Bereichsangriff. Jetzt würden wir das einmal herstellen. Sehr schön. Und haben einen richtig guten bekommen. Sehr cool. Oh, und haben ein neues Rezept. Wir können jetzt Stähler eine Rabenschnabel herstellen. Aber gleich mal gucken, was das ist. Ach, die können wir noch nicht. Dafür müssen wir erstmal einen Wissenspunkt ausgeben, den wir nicht haben. Martin, müssen wir noch befördern, fragst du. Ja, genau. Stimmt. Jetzt rüsten wir unsere Keta Kram. Mit der neuen... Oh Gott, ist das Inventar voll. Mit dem neuen Rabenschnabel aus. Der Fassdeckel ist da auch doof. Da geben wir einen neuen Schild, wenn wir einen haben. Haben wir alle Schilde verkauft. Dann müssen wir noch ein Schild für sie herstellen. Ich glaube, wir haben alle Schilde verkauft. Ich sehe gerade keines. Falls ihr ein Schild seht, sagt es mir. Ich sehe gerade keines. Jetzt stellen wir eben noch ein Schild her. Okay, Messie. Prima. So, jetzt hat es die Rüstung 21, 30 Trefferpunkte, ein Schlag, 8 bis 11 Schaden und 11 bis 14 damit. Und das vergleichen wir jetzt mal. Jetzt gucken wir uns das bei Arnold an. Arnold hat immer noch nur die Keule. Soll ich ihm auch so ein Teil herstellen? Ich denke ja. Das sind 6 bis 8 Schaden fix. Und sie hat jetzt an Stärke 12. Die Waffe gibt 8 bis 11. Ach komm, wir geben ihr das auch. Sie bekommt auch, er bekommt auch einen eisernen Rabenschnabel. Wir stellen noch einen her. Oh, auch ein sehr guter. Klasse. Ebenfalls mit Targa. Schaden 9 bis 12 jetzt. Okay. Das sieht doch fit aus. Dann müssen wir bei ihr noch gucken, welche Rüstung sie bekommt. Äh, pardon. Ob wir ihr eine teure, coole, neue Rüstung herstellen können. Sie kann tragen. Mit der leichten Rüstung bis zu. Sie kann ja tragen bis zu schwer. Wir können auch dieses Wams herstellen. Das ist doch viel cooler. Also sie hat im Augenblick, Kittel des Gesetzlosen, Bewegung plus 2, Rüstung plus 16. Und wir können doch herstellen das gefütterte Wams. Haben wir da noch 3 von? Nein. Und was gibt das? Rüstung plus 20, Bewegung plus 2. Da ist nicht so ein Unterschied, ne? Ja, weil das ist ja der Stufe 1 Wert. Sollen wir eins für sie mal herstellen? Mach mal. So, da gucken wir uns das mal an. Ob das jetzt besser ist, als das, was sie hat? Da unten ist es gefütterte Wams. 6 mehr an Rüstung. Sie verliert ein bisschen Kritschen an Treffer und Bewegungspunkte sind genau wie vorher. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, machen wir. Super. Sehr cool. Wir sollten ja noch einen anderen Namen geben, finde ich, oder? Wie heißt nochmal die... Es gibt doch so ein Musical oder ein Theaterstück. Von Bertolt Brecht mit so einer älteren Dame, die in der Etappe immer mitgeht oder mitzieht und nicht Marketenderin ist, sondern die Versorgung macht für die Leute, für die Kämpfer. Mutter Courage. Sollen wir sie Mutter Courage nennen? Gray Sonja geht auch on Quixote. Das geht immer. Mackie Messer. Ja, Mackie Messer. Wie findet ihr das? Mutter Courage? Weil sie ist deutlich die älteste von allen. und Courageierte sieht sie aus. Oh nein! Ein E! Ein E fehlt am Ende. Das ist ja doof. Was machen wir denn jetzt? Das Spiel will mir ein E nicht geben. Wisst ihr was? Dann geht es auch anders. Alles sind damit einverstanden. Außer WB, dem fehlt eine Möglichkeit, neun Buchstaben mehr reinzuhauen. So, das sieht doch jetzt ganz okay aus. Sie hat, glaube ich, alles, was sie braucht. Wir könnten auch haufenweise Dinge herstellen, um die zu verkaufen. Wir könnten doch erstmal abwarten. Und, ähm, jetzt müssen wir Martin noch verbessern. Der bekommt noch ein Level Up verpasst. Verfassung. Noch mehr Gesundheitspunkte, Tragfähigkeit und so weiter. Mehr Stärke für einen besseren Angriff. Mehr Willenskraft für alle. Ja, finde ich beides plausibel. Also Stärke, damit er etwas besser kämpft, ist schon sehr cool. Aber ich glaube nicht, dass... Ich weiß nicht, ob da eine Punkt so entscheidend ist. Verfassung mit mehr Gesundheit. Gleich fünf Gesundheitspunkte mehr ist verdammt viel. Seit der 46. Das ist schon sehr cool. Ja? Alles klar? Jetzt verkaufen wir ein paar Dinge, aber hier... Ich glaube nicht, dass wir hier den alten Knüppel nochmal brauchen. Und die Klamotten des Anglers sicher auch nicht. Ein bisschen Ersatzrüstung können wir behalten. Das ist ja die schlechtere Ersatzrüstung, die ihr draus. Den Fosdeckel. Weg damit. Noch ein alter Knüppel bitte weg. Das Geschmierer wird verkauft. Die Brigantine des Gefährten. Geht auch weg. Dann noch... Das sind andere Geschichten. Bla, 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 bla. Oh Gott, wie unübersichtlich. Die Schmuckstücke des Schiffs... Schiffslog verkaufen. Einmal verkaufen. Einmal verkaufen. Die Reißzähne verkaufen wir woanders. Das ist eine Jagdkarte, die uns noch nicht weiterhilft. Das sind Jagdtrophäen, die wir verkaufen können. Rubine können wir verkaufen. Vielleicht aber irgendwo anders verkaufen. Das weiß man nicht genau. Ja, genau. Bariel, du hast sowas von recht. Die ursprüngliche Mutter Courage von Grimmelshausen. Im Simplicissimus, genau. Ein furchtbarer Roman. Den habe ich als Jugendlicher gelesen. Der spielt im Dreißigjährigen Krieg und erzählt den zwar sehr drastisch und mit viel darbem, schwarzem Humor nach, aber vieles ist halt wirklich so... Ist der nicht sogar in der Zeit entstanden oder kurz danach? Und es sind so viele grausige Details oder Folterungen unter anderem, wo man weiß, das ist halt ein historischer Roman. Es war wirklich in etwa so furchtbare Dinge. Ich habe echt gelitten als Heranwachsener. Weil irgendwie so überdrehte Sachen sich anschauen in Fantasyfilmen oder Romanen oder irgendwas, wo man denkt, ja Gott, die übertreiben, die erzählen eine Geschichte, aber das wirkte alles so echt. Es war ganz grauenhaft. Es ist ein ganz grauenhaftes Buch. Ich habe echt gelitten, als ich den Simplicissimus gelesen habe. Weiß ich nur ganz genau. Ich weiß nicht, ob ich Albträume bekommen habe, aber es war echt nicht schön. Aber es ist ein tolles Stück Literatur, definitiv. Sollte ich mir Rubinen verkauft. Den Saphir noch. Den Rest behalten wir alles. Oh, das kann man benutzen. Die Rüstungsverstärkung des Weisen. Das sollten Schmied Noviz haben wir mittlerweile. Wir müssen uns gleich mal angucken, wie das geht. Ich gehe mal raus. Da dürfte mich übrigens mal spoilern. Ah, aus dem Kompendium lernen. Ich klicke mal drauf. Ah, jetzt braucht man einen Punkt dafür. Ne, wir können es sofort machen. Ah, okay. Und wie geht jetzt eine Rüstungsverstärkung? Hier unten steht sie. Und die können wir sofort machen. Super. Mal gucken, wie das funktioniert. Wir gehen mal rein in die Schmiede. Wieder mit Arnold, unserem Zerstörer und Schmied. Rüstungsverstärkung ist hier unten. Bewegung plus eins. Super cool. Ach, aber das ist doch nicht so was. Mal gucken, wie wir das einsetzen. Wie setzt man die denn ein? Wir stellen mal eine her. Schauen wir mal, wie das geht. Wir geben mal unsere Anna. Gucken, ob Anna das benutzen kann. Rüstungsverstärkung. Wo ist sie denn? Wo bist du denn, liebe Rüstungsverstärkung? Müssen wir wieder alle Bildchen absuchen. Echt, es gibt noch nicht mal den Anschein einer Sortierfunktion. Nix. Warum machen die sowas? Das ist doch stand. Da ist es. So, Verstärkung zur Rüstung hinzufügen. Zum gefütterten Wams. Mal, mal, mal. Ah, so simpel. Und? Ja. Rumscher achten. Die können wir entfernen und wieder, dann bekommen wir einen Teil wieder zurück. Okay. Jetzt hat es hier einen Bewegungspunkt mehr. Super. Ah, dann lass uns das dafür für jeden machen. Wir können auch noch Kleidung herstellen und verkaufen. Eugenburg, weil wir mehr Material haben, als wir brauchen. Aber guck mal, wir schwimmen in Gold. Wir haben 1000 Gold, also brauchen wir eigentlich nicht. Wir können sogar von Händlern demnächst mal coolere Waffen und Rüstung einkaufen, finde ich. Lass uns davon noch ein paar mehr herstellen, ja? Wir fangen an zu schmieden. Die kann doch eigentlich jeder tragen, oder? Wir stellen noch ein paar von denen her.